Musik Viel Zeit für warme Worte und ausschweifende Begrüßungsrituale bleibt nicht. Es ist Mittwochmorgen, kurz nach neun und damit eigentlich schon fast zu spät, um der Kommission des Dorfwettbewerbs alles zu zeigen. Schließlich soll bis 11 Uhr die Präsentation weitestgehend abgeschlossen sein. Und es gibt viel zu zeigen. Elenz macht mit beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Im Dorfgemeinschaftshaus erläutern dann Bürger und der Ortsbürgermeister die Vorzüge des Ortes. Elenz, unser Dorf, das sind 469 Einwohner. Hinzu kommen noch 29 Angehörige der US-Streitkräfte, sodass fast 500 Menschen hier in Elenz wohnen. Elenz, unser Dorf, ist noch landwirtschaftlich geprägt. Wir haben noch vier Haupterwerbslandwirte und vier Landwirte im Gegenerwerb. Zur Präsentation für die sechsköpfige Bewertungskommission gehören auch Lieder von Elenzer Kindern. In einigen Wochen wird die Gemeinde dann wissen, wie sie beim Landesentscheid abgeschnitten hat.